Hallo ihr Lieben, euer Goh, Stealthier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Training Card Game 2, die Invasion of Team Gia. Ja, Team Gia darf jetzt erstmal eine Pause machen, denn hier in der Home-Town-Isle gibt es auch immer wieder eine Challenge, gerade in allen Jahren. Und wir spielen diesmal um eine Pikachu-Karte, okay, die ich wahrscheinlich eh schon habe, oder so jetzt. Tja, dann wollen wir mal. Ganz ehrlich, ich bin jetzt cocky, ich mache nicht nur mehr einen Safe-Stage. Der Challenge Cup ist im Gange. Hier ist unser ungeschlagener Spieler, Eric. Hier ist unsere neue Auswahl. Jeder kennt diesen Spieler als Chessie. Seid ihr beiden bereit? Platziert zuerst euer 4 Preiskarten. Nun denn, lasst den Wettbewerb beginnen. Oh ne, ist nicht der komische Typ mit dem Nido King, bitte nicht. Nehmt, mal schauen. Eric. Hungriges Relaxer. Mit Professor Eich auf der Hand. Ein Anfang nach meinem Geschmack. Wunderbar. Ich habe übrigens die Kaperdor und Garadors wieder zurück ins Deck gepackt. Weil so nur ehrlich ist. Wunderbar zwar ganz nice, war natürlich nicht so gut wie Garadors. Ist ja klar. Während des Nächsten zuerst beträgt der Grundschaden von Nidorans Schnellhorn 80 statt 40. Bitte was? Ich habe jetzt eiskalt Gänsehaut. Tja, 3 km wieder zurück ins Deck. Pech gehabt, Kumpel. Tja, soll ich Professor Eich ausspielen? Ja, was sollte. Geiz. Gebt mir Shishik oder Kaperdor. Schön. Bevor es Nidoran jetzt komplett ausrastet, mache ich mir mal einen schönen Essensmark weg. 30 Schaden mehr dafür und das war es. So schnell kann es gehen. Du warst voll verkackt. Du bist sowas von geliefert. Guck, Energy Search haben wir auch noch. Immer her mit den guten Sachen. Kumpel, Kumpel, Kumpel. Ja, macht der mehr Sinn jetzt erstmal zu fressen und dann wieder komplett auszurasten. Aber fressen macht der quasi 30 Schaden. Die Essensmark, wenn wir die ablegen. Oh geil, Tool Talk nice. Da fehlt dann nur Ski, ne? Ganz ehrlich. Ohne Ski und Schillock habe ich keine Lust. Garados. Was ist das? Damit hat er schon verloren. Soll ja Garados jetzt aufhören. Ich mag das Fungel-Lachs mit diesen Essensmarken. Das ist irgendwie witzig. Das ist wirklich nicht schlecht. Okay, Nidorino. Nidor King wird wieder ungemütlich. Aber selbst Nidor King kann es ja auch, weil es Twitter gibt. Nicht, kann das sein. Aber egal, doch, es ist halt jetzt schon ausgerüstet, so gut wie. Ja, das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Schwupps, mal unangenehm Engel. Vor allen Dingen, wenn er lebt. Hat er aber zum Glück nicht. Yay, Lugia und nice. So, Garados geset-upt. Und hier gibt es wieder einen Walzer. Der Biener Walzer. Tja. Man kann nicht immer Glück haben. Zum Glück macht er keinen Damage. Wie gesagt, ich finde das andere Schlup irgendwie besser. Aber so alt. So. Lugia ist auch fast geset-upt. Also, um hier zu wählen, muss Erik an den hungrigen Relax vorbei, an Lugia vorbei und an Garados. Das ihm niemals gelingen wird. Schon gar nicht, wenn er mal null Schaden macht, wenn er nur auf Lähmung geht. Hör auf zu stallen. Das ist witzig. Die können jetzt die Computersuche ausspielen, mir einen Schiller holen. Ah, ich weiß ja nicht. Hör jetzt auf mit dem Mist. Danke. It's over. So. Viel Spaß, Kumpel. Ja, ich weiß nicht. Ich würde lieber einen Professor Eich raussuchen, wenn sie echt. Ich warte damit mal noch. Computersuche ist da so eine Overpowered-Karte. Kann man mal in der Situation anpassen, was man gerade braucht. Er hat keinen Film mehr. Keine Regie-Karten, nichts. Läuft bei dir, Kumpel. Das ist ein Erster-Herausfall nach meinem Geschmack. Schicki. Ja, komm. Wir fressen uns voll. Boah, das Hunger-Relaxe macht hier echt einen Solo-Run gerade. Und nochmal fressen. Und gleich alle Essenswahlen abschmeißen. Dann machen wir noch richtig viel Damage. Na, wo hat er jetzt sein Olus-Nilo-King? Ja. Ja, es ist es. Entwickelt es aber nicht. Kumpel. Du hast schon innerlich aufgegeben, was? 80 Damage. Das ist ja nicht mal fies. Game over für dich. Ach ja. Der Erik. Keine Chance. Der arme Junge. Du hast jetzt gewonnen. Glückwunsch. Du hast ja erst Siegerung. Was für ein Pech, Erik. Nächste Herausforderung. Bitte komm auf die Bühne. Da steht eiskalt Mädchen und ist ein Junge. Ach nee, das Ziel ist ja annonced. Okay, passt ja doch. Treff unsere neue Herausforderung. Kevin. Hi, Kevin. Na, ich möchte mein Deck nicht ändern. Vor allen Dingen nicht, weil es ein Feuertyp hier ist. Steht da wieder Adam. Naja. Lernen wir die englischen Namen auch mal kennen. Adam Levine. Fangen wir doch direkt mit Schiri mal an. Leider nichts Cardro-mäßiges. Wie schon mal wie einer Kacki. Aber hey. Dass wir anfangen, tröste mich. Und das ist ja wohl die größte Tröstung. Warum hat der jetzt... Hat der jetzt wirklich Pikachu? Ich hoffe, seine Energiekarte muss ich so eben verabschiedet. Warum hat der jetzt Pikachu? Ich dachte, der ist ein Feuertypi. Oh, ist das kacki. Oh, das ist Pikachu, was zwei Energiekarten braucht. Die er wahrscheinlich jetzt auch bekommen wird. Oh, I hate my life sometimes. Ja, komm. Das wäre jetzt leider auch Spiel im Professor. In der Hoffnung, jetzt irgendwas Geiles. Willkommen in den Shilok. Und noch eine Rocket Trap. Shilok und Rocket Trap. Ja, okay. Versuch ich Nummer zwei. Lame. Versuch ich jetzt wirklich Lame. Energy Search. Und Wasser. Das Coole ist, wir haben gleich Tourtalk. Sehr schön, unser Elektro-Konaut. Ich kann mir so einen Tourtalk mit 100 Kp zu besiegen. Schwierig. Hey, 40 Damage. Das ist so cool. Du bist so cool. Dein Mutti ist stolz auf dich. Dein Mutti ist stolz auf dich, so. Gut, dass wir mal dual ersprochen haben. Gut, dass wir mal dual ersprochen haben. Ich hätte wahrscheinlich Luia Ali doppelt Fablos geben sollen. Aber ich denke auch nicht, dass dieses Tourtalk jemals besiegt wird schon gar nicht, wenn er kein Pokémon mehr hat. Dumm gelaufen, Kevin. Herzlichen Glückwunsch, Jesse. Du hast zwei komplette Siege erreicht. Du bist auf einem guten Weg. Die Champions werden. Was für ein Pech, Kevin. Ich fühle mich so verarscht, vollkommen. Für den dritten und finalen Kampf bitten wir einen Clubmeister vorzutreiben. Und welcher Clubmeister wird es sein? Leser. Ach, dir doch auf Wasser. Dieser Kaltenkampf hier mit sechs Preiskunden führt. Jesse möchte so ein Deck anpassen. Nö. Jesse ist dein dritter im Finale raus. Aber fangt an. Ich hätte jetzt richtig dreist sein können. E-Elektro-Deck auspacken können. Ich habe auch nicht wirklich Faith in meinem E-Elektro-Deck. Ist einfach bad. Schlechtes Zapdos. Schlechte Pikachus. Jetzt haben wir endlich mal wieder diese geile Musik, die habe ich schon vermisst. Nicht, dass die anderen Tracks ungeil werden, aber... Ja, schon episch. Und guck, Lisa, ich verwende deine Münze, die du mir damals ziehen musst. Hier kommt Team Rocket. Okay. Garados. Bill. Oberreihe gefällt mir. Ja. Und Energieabsol. Nice to know. Zwei neue Karten und noch ein Bill. Let's go. Das fängt doch schon mal fantastisch an. Wo war das Knuddelhof? Plötzlich ist das Knuddelhof doch interessant. Wollte ich gleich nochmal schauen. Da unten rechts war das. Du, 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 du. Ach. Guck. Das Gardos brauchen wir gar nicht, denn wir haben das sowieso auch bekommen. Fantastisch. 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 Das ist obergeil. Dann sollte ich mir gleich mal anschauen, wo der Bill lag. Ich glaube, der war oben rechts. 20 Damage für Europe. Ich hoffe, das wird kein U-Go. Das fände ich nicht so cool. Heu doch. Der Traitor. Ich warte mal damit noch. Der Raiders. Hier war Bill, ne? Ne, da war Energieabsauber. Wo war Knuddelhof? Da war Knuddelhof. Okay. Oh, das kann nervig werden jetzt mit dem Heuler. Und jetzt wird es sogar noch nerviger. Toll, oder? Ich hoffe, wir haben Kopf. Ich hoffe, wir bekommen jetzt Kopf. Please. Please. Och, Mensch. Jetzt heilt sich das Scheiß, wie ich doch. Das kann sich auch komplett heilen. Oh, mein Gott. Es wird sowas von Zeit, dass Gardos vielleicht kommt. Ich sag, solche. Alles weg. Ist das nicht overpowered, dass die U-Go? Jetzt mal ernsthaft. Das kann sich einfach komplett heilen. Das finde ich schon ein bisschen unfair. Das ist wie... Jetzt mal ernsthaft. Tja. Tauros bringt mir kein Glück. Kriege ich nie weg. Ha. Ja, okay. Sie verfolgt die gleiche Strategie, wie ich. Wo ist die Gardos? Und sich U-Go. Boah, Verwirrung auch noch. Ich könnte kotzen. Ja. Natürlich sind wir verwirrt. Gut. Dann darf das Tauros meinetwegen drauf gehen. Also zwei Tour-Talks brauche ich jetzt aber wirklich nicht. Oh, Schillock. Sehr schön. Ich war jetzt so Rückzug. Angreifen wäre ich sowieso nicht mehr. Aber wenn Gardos jetzt kommt, ist das blöde U-Gong-Wesens weg. Au revoir. Keine Erholung für dich. It's all over now. Ah, ich will bei dem Bill. Ich kann echt Karten gebrauchen. Knuddelhof freut es hier auch keinen Tag. Was ist das hier für ein komisches Schicki? Und Schmetterling auf dem Schweif. Was ist das für ein komisches Schicki? Ich will mal wissen, was das kann. Und als nächstes hohes Betrieb der Grundschaden von Schill ist angefunden. Heißig. Naja. So ein Fan glaube ich jetzt nicht von Schill. Ich habe aber auch ein Pech. Aber hey. Tour-Talk, was willst du mehr? Was willst du mehr als Tour-Talk? Ich bin mir mal ehrlich. Drachen-Wurt. Und Schill ist Geschichte. Es ist einfach zu sehr, dass ich keinen Tour-Talk bekomme. Hier war es Knuddelhof, ne? Ja. Very nice. Oh nein. Keine Energiekarte. Kein Tour-Talk. Dummlau-Weser. Das war es wohl. Und wir haben Knuddelhof. Ich weiß nicht, was mit dem Blubstrahl von Garados los ist, aber ich habe den bestimmt schon vier, fünf, sechs Mal in diesem Let's Play gemacht, aber das war eigentlich einmal Kopf. Diese eine Ex-Energiekarte lohnt sich ja schon fast gar nicht, ey. Naja. Was soll's. Spüre meinen Drachenwut. Sieht einfach cool aus, die Animation. Sagen wir mal ehrlich. Charlie ist auch so langsam zieht sich der Strickzock. Durch die Heule reicht die Drachenwut nicht. Ja. Reicht in der Tat nicht. Sehr schade. Dann machen wir einen Gruner im Blubstrahl. Das erste Mal. Juhai. Dacht schon, das wäre echt trickt. Ich weiß ja nicht, was Lisa jetzt probiert, aber irgendwie kommt sie ja nicht so richtig weiter. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber irgendwie kommen sie nicht so richtig weiter. Ohne Energiekarten ist halt schwierig, ne? Und das krasseste ist, das Tourtalk wird jetzt noch mehr ausrasten. Rocketstrap! Sie hat schon gefühlt keine Karten, die sie ausspielt. Und jetzt hat sie noch weniger. Ah, Energieabsor. Ja, warum nicht? Ich hab tatsächlich vergessen, wo was ist. Das war oben links, war noch gar das Braumma. Ja doch, brauchen wir wieder einen Karpador. Okay. Dann weiß ich schon mal, was ich gleich mache. Ey, dieser ein Reuler, ne? Manchmal wünsche ich jetzt Plus-Power im Deck. Plus-Power bin ich jetzt auch nicht so ein Fangirl-Frau. Zum Fall mal ehrlich. So. Professor ist back. Ich hab eh noch genug Karten im Deck. So viele Preise fehlen ja nicht mehr. Ja. Damit lässt es sich leben. Und noch eine Energieabsorber. Let's go. Damit hat sie gefühlt nichts mehr. Zum Fall mehr ehrlich. Blöde Heuler. Wo ist denn das andere Jura-Pferd aus? Damit der Reuler gleich wieder passiert. Oh, ja, ja. Ich kenn nur die schmutzigen Tricks langsam. Und ich hol mir jetzt die zweite Garados. Hi. Ich weiß nicht. Du bist die Wasser-Club-Liederin. Bisschen verkackt, ne? Gegen mein komisches Wasser-Deck. Ich stelle jetzt hier raus, dass Garados besser ist als Juga. Und einfach das so dran. Dadurch, dass sie jetzt kein Reuler gemacht hat, ist sowieso ein Spiel vorbei. Perfekt. Ohne Safe-State. Geschafft. Drei Hunden sind voll. War jetzt auch nie wirklich schwer. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben unseren Turnier-Sieger gefunden. Was für ein Pech, Elisa. Geht zurück in dein komischer Wasser-Club. Wir haben den Gewinner des Challenge Cups. Es ist Jessie. Bitteschön, Jessie. Neue Level 13 Pikachu-Cart, die wir schon haben. Ich bin die wahrscheinlich erschienen. Na gut. Haben wir so halt zweimal. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Na gut, meinetwegen. Äh, ist jetzt wieder Imakuni irgendwo? Das wäre natürlich... Ja, leider nicht. Wenn mir jetzt wieder irgendwas zu machen, lohnt sich ja schon fast gar nicht. Außer es ist Imakuni. Ich bin der Super-Musik-Star Imakuni. Du willst schon wieder ein Duell mit dem verrückten Imakuni? Hast du einen Faker getroffen, der Rob Imakuni? Das glaub ich nicht. Ich bin auf jeden Fall der Echte. Tja, besser kann es nicht laufen. Da ist er wieder... Klar, es gibt nicht so viele Karten wie früher, aber hey. Ich will mich nicht beschweren. Die Musik ist sowas vom Verstören. Oh, und der fängt auch noch an. Gut, gegen Imakuni muss man sich ja nicht fürchten. Oh, doch. Ja, okay. Dann vielleicht auch nicht. Oh, die Spieler-Karte. Die vermisse ich. Die finde ich so geil, die Karte. Die will ich auch wiederholen. Die ist so geil. Die habe ich in jedes Deck gepackt. Kann besser Professor... Guck den jetzt. Kann besser Professor Eich werden. Und wenn du kurz vor dem Milden bist, also wenn du kaum noch Karten im Deck hast, dann kannst du halt deine ganze Karten wieder reinmischen. Das ist voll gut. Das war ernsthaft. Feier ich. Yay, Bill. Vielleicht hat es der falsche Professor Eichkreis übergeholfen. Das sieht ganz danach aus. Das sieht ganz danach aus. Taurus. Guck, hier haben wir noch einen Bill. Jawohl. Und Gardos haben wir auch noch. Geil. Danke, Imakuni. Feuer, die nehme ich keinen Gardos aufhand. Und noch mehr Bills. Jawohl. Stimmt. Hier kommt Team Rocket, hatte ich damals. Damals. Vor allem Zug. Und drei Karten. Für deinen Deck. Kannst dich von verabschieden. Pumpe. Professor. Pumluff. Kein Trank. Okay. Pumluff und Knulluff. Äh, Professor ist am interessantsten. I would say. Da, Giebersen. Na los, greif mal an. Das war eigentlich so feige. Jetzt verwirrt er seinen Puren, aber jetzt traut er sich nicht. Was ein Feigling. Das ist ein Versager. Gardos ist schon mal ready. Ready, steady, go. Ich will mal ein Bild zurück, von mir. Hat sich ja schon fast gelohnt. Vor allem, wenn ich jetzt Kopf mache. Ich will ja nichts sagen, immer Kumi. Aber das sieht nicht so toll aus für dich. Ich meine, mit Schie gewinne ich jetzt auch keinen Blumentopf. Aber ich bekomme ja gleich einen Professor Eich. Und somit vielleicht auch Schillok oder sogar Turutok. Der Energieabsorger kommt auch sehr gelegen. Ja. Ich fange an, nicht mal Gardos auszurüsten. Schädelwumme. Panzer in den Kopf geschmissen. Panzer, yeah. Und da ist der Professor. Ja, dieses, hier kommt Team Rokettzeug. Man will ihn nie unterschätzen. So, es hört genau, dass da der Professor Eich ist. Das verkackt auch, gefühlt immer. Und jetzt kann es nie wieder benutzen. Das ist ein komischen Lauchschlag. Du Lauch. Tja, was soll's? Gib mir jetzt einen Schillok. Ich mache noch viel mehr Damage. Schillok. Danke. Und noch ein Gardos. Und Turutok auch. Ja, ich glaube immer, Kuni hat sehr gut für sie geschossen. Hust, hust. Ich weiß auch nicht, ob der überhaupt Spaß an dem Spiel hat. Ich wünsche, dieser Deck-Creator könnte jetzt immer Kuni-Deck-Namen haben. Vielleicht geht das sogar. Von Dr. Mason, wer war es? Im Trading Card Game 1 ging es auf jeden Fall nicht. Da, Hydro Palm. Trank. Ich dachte, da war Pummel-Luft gewesen. Ups. Naja. Was soll's. Alle Pokémon-Power funktionieren nicht mehr bis zu Ende des nächsten Zuges. Das nervig. Aber ich habe ja zum Glück schon mal die ganze Wasserenergie ausgespielt. Das ist eigentlich eine gute Karte, wenn man es richtig ausspielt. Zum richtigen Zeitpunkt. Ja, Kumpel, ich weiß ja nicht. Ich würde echt jetzt alles hinschmeißen und wirklich aufgeben. Da ist das Knudelnloch. Wer freut sich nur als Spaß am Spiel, dann lassen wir ihm meinen Spaß. Null Handkarten. Naja. Wie er meint. Jetzt habe ich das Knudelnloch-Quas weggeschmissen. Interessiert mich aber auch irgendwie nicht. Und jetzt die Pok-Power wieder ready. Dummlaufen, Kumpel. Tja. Ich weiß auch gar nicht, bevor ich die Pok-Power noch ready mache. Werden sie sowieso auch nicht mehr brauchen. Hätte eiskalt nur eine Handkarte. Energiekarte gezogen für eine Kopfnuss. Ja. Zehn vor 100 Schaden. Der Typ ist so lust. Und das war auch schon sein letztes Pokémon. Hätte auch irgendwie so ein komisches Larm aus dem Deck. Das war auch schon mal jetzt. Da habe ich mir auch gedacht, hä? Kind, was ist es, was dich so stark macht? Ich gebe dir diese Booster-Fackung. Ganz selten kann man auch die Makoni-Karte für ihn bekommen. Ja, die habe ich ja schon edgated. Ui, das coole Magnetum mit der Mikrowelle. Neues Power-Sack. Vergiftet? Zu 100%. Ui. Nicht schlecht. Hier ist wieder ein Übersetzungswerk. Ja, falls Zubat weniger Schadensmangel als der Anzahl hat. Ja, Zubat. Genau. Parasek und Zubat sind eins. Ich habe es immer gewusst. Nun, ich schätze, dass ich die alte umher wandern werde. Gib mir lieber deine Makoni-Karte. Ich will vier Stück davon haben. Nein, will ich eigentlich nicht. was soll's. Ich fliege jetzt mal wieder zurück zum VR-Gedöns zum Kampf-Archipel, wie auch immer. Und dann werden wir im nächsten Part Ja, ganz ehrlich, dann werden wir im nächsten Part mit dem Wasserdeck aufräumen. Ich bleib mal beim Wasserdeck. Nicht, dass die dann wieder sagen, ja, nee, du musst Wasserenergien verwenden und solche Geschichten habe ich irgendwie gemacht drauf. Das Wasserdeck funktioniert ja, und ich mag das Elektrodeck halt nicht. Das muss noch besser werden. Aber für die Kampf-Fortress werde ich auf jeden Fall dann ein Psychodeck oder ein Geistdeck machen. Das steht schon mal fest. Cool. Ich habe endlich erst meinen Part. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, falls es euch gegrüßt wie mir in 4-Version, sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecil. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, das war immer noch da. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow dalassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.